Mein Name ist Vogt René, ich bin Kundendienstechniker bei der Firma Abt. Die Firma Abt beschäftigt sich mit Heizung, Sanitär, Klima-, Solar- und Schwimmballtechnik. Mein Tätigkeitsbereich ist jetzt seit 20 Jahren der Kundendienst. Der Kundendienst beinhaltet eigentlich in der kleinen Handwerksfirma ein sehr großes Spektrum. Das geht von ganz normalen Wartungen, Überstörungen, Pumpenwechseln, aber bis hin zum Sanitärbereich, wenn halt ein Spülkasten durchläuft, ein WC verstopft ist. Also das Aufgabengebiet ist unwahrscheinlich groß, sehr interessant und abwechslungsreich. Also muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ich bin jetzt, wie gesagt, seit fast 25 Jahren hier, und wenn das Arbeitsklima nicht funktionieren würde, was eigentlich Grundvoraussetzung ist, ist ja für später Qualität draußen, wäre ich, glaube ich, nicht hier. Also ich würde mal sagen, wir sind ein familiäres Unternehmen mit einem wirklich sehr, sehr guten Arbeitsklima. Wir haben sehr gute Kollegen, auf alle Fälle mal einen sehr interessanten Job, sehr abwechslungsreich. Wir haben ein sehr gutes Fachpersonal, wo der Lerling auf alle Fälle gut ausgebildet wird. Und der Chef wartet drüber. Ich kann nur jedem empfehlen, bei uns anzufangen.